Hi, mein Name ist Stefan und in diesem neuen Video über Luminar 2018 möchte ich mit dir über Presets sprechen. Viel Spaß! Ich habe hier ein Bild geöffnet aus der Sächsischen Schweiz und möchte dir anhand dieses Fotos einfach mal zeigen, wie wir mit den sogenannten Presets in Luminar arbeiten können. Diese Presets findest du hier unten. Wenn die hier nicht angezeigt werden, dann solltest du hier mal auf diesen Button rechts oben klicken. Da kann ich diese Leiste nämlich ein- und ausblenden und diese Presets sind quasi voreingestellte Vorgaben, so kann man es nennen, wo verschiedene Filter, die wir hier auf der rechten Seite dann finden werden, schon eingestellt sind. Das bedeutet, ich kann damit einfach einen guten Startpunkt finden für meine Bildbearbeitung, kann dann natürlich noch weitergehen und weitere Filter hinzufügen, aber ich habe schon mal eine kleine Vorarbeit quasi, die mir hier das Ganze ein bisschen erleichtert. Und wir haben hier verschiedene Presets, die ich nutzen kann, wie zum Beispiel den Clarity Booster, den Image Enhancer, den Mid-Image Enhancer und Vivid und so weiter und so fort. Also hier kannst du dann einfach mal ausprobieren, was dir gefällt. Ich werde jetzt hier zum Beispiel mal den Sky Enhancer anwenden und einfach mal schauen, was hier passiert. Du siehst jetzt hier auf der rechten Seite wurden einige Filter hinzugefügt und zum Beispiel hier der anpassbare Verlauf angewendet. Außerdem auch der Polarisationsfilter und natürlich auch eine RAW-Entwicklung. Ich kann jetzt hier auch noch die Stärke dieses Presets einstellen. Also im Moment wird das zu 100 Prozent angewendet. Ich kann aber auch die Stärke hier zum Beispiel auf 50 Prozent reduzieren und dann siehst du hier auch, was passiert. Dann wird diese Filterstärke hier also ein wenig zurückgenommen. Das sieht man auch hier unten. Hier kann ich diesen Regler auch nochmal verwenden. Hier wird diese Filterstärke genauso eingesetzt wie hier. Das ist also der gleiche Regler, nur an einer anderen Stelle nochmal. Und ich kann damit diesen Effekt, den ich am Anfang auf das Bild lege, entweder stärker oder schwächer anwenden. Ich gucke jetzt hier mal weiter, was wir noch so haben. Zum Beispiel hier den Image Enhancer. Der bringt das ganze Bild auf ein völlig anderes Niveau auch nochmal. Du siehst also auch hier, wurden dann hier verschiedene Filter angewendet. Ich kann auch zum Beispiel mal den Foggy Day probieren. Ja, das sieht dann halt einfach ein bisschen nebliger aus. Also da haben wir hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Presets zu arbeiten. Auch den Tonal Compressor kann ich mal versuchen anzuwenden. Das sieht auch ganz gut aus. Und dann kann ich jetzt hier, wie gesagt, einfach die Stärke noch einstellen. Ich kann mir hier auch tatsächlich, wenn ich hier auf dieses Sternchen klicke, das mir als Favoriten speichern. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel dann sagen, dass ich hier verschiedene Kategorien einstelle. Und wenn ich jetzt hier ein Sternchen vergeben habe, dann erscheint das hier in meinen Favoriten Presets. Also du siehst jetzt hier, in meinen Favoriten ist jetzt genau dieses eine Preset drin. Ich kann jetzt hier auch mal durch die Kategorien durchgehen und einfach mal auf Outdoor klicken. Und dann haben wir hier nochmal ganz andere Presets. Also ich kann hier verschiedene Kategorien einstellen. Ich kann auch Dramatic zum Beispiel mal nutzen. Und dann sehen die ganzen Bilder einfach ein bisschen dramatischer aus. Das gefällt mir hier übrigens gerade richtig gut. Und das könnte man jetzt hier einfach von der Stärke noch so ein bisschen regulieren. Ich denke mal hier so 65 Prozent sieht ganz gut aus. Und dann haben wir hier schon fast ein fertiges Bild. Zusätzlich hast du auch noch die Möglichkeit, mehrere Presets miteinander zu kombinieren. Und dafür ist es jetzt einfach nur ganz wichtig, wenn ich ein zweites Preset anwenden möchte, dass ich da jetzt nicht einfach hier draufklicke, weil dann würde das andere Preset wieder verschwinden. Sondern wir müssen hier einfach eine neue Ebene erstellen. Und das können wir hier oben machen. Da klicke ich hier einfach mal auf einen Plus und sage jetzt neue Nachbearbeitungsebene einfügen. Und dann siehst du auch, wie wir jetzt hier auf dieser neuen Ebene sind und auch hier keine Filter mehr zu sehen sind. Da wir einfach auf dieser neuen Ebene sind. Also auf dieser Ebene gibt es noch keine Filter und auch noch keine Presets. Und jetzt könnte ich mir zum Beispiel ein Bloody Mary dieses Preset hier werde ich jetzt einfach mal anwählen. Und dann zum Beispiel mit einer Stärke von 50 Prozent sagen wir mal mit einbeziehen. Und jetzt haben wir zwei Presets miteinander kombiniert und können die dann auch jeweils in der Stärke noch variieren. Ein weiterer ganz großer Vorteil von den Presets in Luminar ist, dass wir auch mit LUTs arbeiten können. LUTs, das sind Lookup Tables und damit können wir Farben in einem Bild in ganz bestimmte andere Farben verändern. Sowohl vom Farbton, von der Sättigung als auch von der Helligkeit. Und diese LUTs können wir im Gegensatz zu Lightroom hier in Luminar mit einbauen. Dafür haben wir auch wieder ein Filter und der nennt sich LUT Mapping. Den kann ich jetzt hier einfach mal mit einbauen. Und in diesem Filter könnte ich jetzt hier ein LUT auswählen. Da können wir jetzt zum Beispiel einfach mal hier Candlelight nehmen. Und auch hier können wir dann das Ganze von der Stärke hier noch variieren. Und wenn wir dann unser eigenes Preset mal speichern wollen, das können wir hier unten machen, Filterpreset speichern, dann können wir auch unsere eigenen Filterpresets hier wirklich anlegen. Dann können wir hier wie gesagt auch mit diesen LUTs arbeiten und das kann man wie gesagt in Lightroom nicht. Also hier ein ganz, ganz großer Vorteil. Also nutze die Presets und schau einfach mal, was du damit anstellen kannst. Auf jeden Fall ist es immer ein guter Startpunkt. Man kann danach natürlich noch weiter bearbeiten. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim selber ausprobieren und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.